So, guten Tag, herzlich willkommen in Freudenstein. Wir bedanken uns bei der Freilich Feuerwehr Sternenfels, Abteilung Diefenbach, für die Nominierung der Cool Water Challenge. Hier unser Beitrag zu dieser Challenge. Mannschaft, aufsitzen! Mannschaft, aufsitzen! Oh, Gott! Bier! 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 Zum Wohl! Prost! Prost! Zum Ende dieser Challenge nominieren wir die Freiwillige Feuerwehr Oberdecken, Abteilung Großzulars und die Freiwillige Feuerwehr Knittlingen, Abteilung Kleinwillars. Dankeschön.